Danke für das nette Balkonfesperle. Das hast du aber gut gemacht. Leckere Brezeln. Naja. Und ein Teel dazu. Sehr gut. Du, die Sandra hat geschrieben, sie kennt noch einen schwäbischen Ausdruck, den sie gerne besprochen haben möchte. Glufer. Ein Gluferköpfle. Ich habe mal da welche mitgebracht. Ich habe nämlich erst welche gekauft. Ein Schächterle Gliefle. Also ein Gluferköpfle, das ist ja im Prinzip eine kleine Maßeinheit, eine kleine Menge. Ein Muckersägerle. Und das ist ja noch schwäbischer, ja. Hast du auch mal Glufermichel gehört? Alles mal, ja. Aha. Was wäre das von Glufermichel? Tja. Ist das jetzt einer, der es ganz genau haben will? Ja. Also quasi einer der Erbsenzähler, das hätte man auf Deutsch vielleicht sagen. Aha. Einer der Haarspalterien betrifft. Aha. Also ein I-Dipfel ist scheiße. Ja. So kann man natürlich auch sagen. Also Sandra, vielen Dank für deine Anregung. Wir wünschen auch dir jetzt eine schöne Teezeit. Schönen Mittag. Tschüss. Tschüss. Hey Leute. Hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage. Da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.